Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir lassen uns jetzt einfach dabei, das wird schon. Seit lang nicht mehr sowas gehabt. Ja, okay. Wie ihr eventuell gesehen habt, haben wir mittlerweile 50 Abonnenten erreicht. Deswegen heißt dieses Video auch 50 Abonnenten sprechen. Ja. Aber es ist der zweite Teil. Vielleicht haben die aufmerksamen Zuschauer schon gemerkt, dass wir heute auch schon ein anderes Video hochgeladen haben. Stimmt. Du hast mir gerade schon erklärt. Nämlich unser neues Kanal-Intro. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, das ist unten in der Beschreibung. Der erste Link könnt ihr gerne angucken. Und auf der Startseite vom Kanal. Genau. Aber nur für nicht Abonnenten. Ach echt? Ja. Und wir dachten eigentlich, es ist eine coole Gelegenheit. Es wurde angefragt, so ein 50 Abonnenten-Special. Und wir haben uns überlegt, was kann man da machen. Und wir haben halt schon länger an dem neuen Intro geschnitten. Weil im Prinzip sind das halt so, ja. Szenen aus allen möglichen anderen Videos, die wir bis jetzt so hatten. Aus ganz verschiedenen Bereichen. Also von Lost Place bis Drohne oder Auto, Autobasteln. Ja, dann generell so ein bisschen Natur, draußen sein, irgendwas. Mir fällt da gar nicht so viel ein. Aber Reisen. Ja genau. Also seid gespannt. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Aber wir dachten, es ist eigentlich ganz cool, das so als 50 Abonnenten-Special zu machen. Aber das ist ja ein sehr kurzes Video. Weil das ja wirklich nur so ein Einblick sein soll. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir noch so ein weiteres kurzes Video. Das jetzige. Indem wir uns einfach, ja, für die, wie nennt man das, für die Aufrufe bedanken. Für die Kommentare, für die Likes. Und einfach generell für die Interaktion mit euch. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn das mehr wird. Also wenn es weiter so funktioniert. Und wenn uns auch neue Leute, sag ich mal, entdecken, was weiß ich. Oder durch andere das sozusagen wie weitergesagt bekommen oder so. Die halt sich auch für die Dinge interessieren, für die wir uns interessieren. Und weshalb wir darüber auch Videos machen. Genau. Und mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, wir können auch eine kleine Ankündigung machen, was jetzt demnächst noch mehr kommen wird. Es gibt jetzt ein großes Projekt, ja. Aber im Prinzip, also habt, wenn ihr das Kanal Intro ganz genau verfolgt, ist da tatsächlich schon ein kleiner Spoiler drin. Das Video kommt ja danach erst. Genau, eben. Das erste davon. Ich habe eine Szene aus einem Video, was schon so halb vorproduziert ist sozusagen, in das Kanal Intro noch gepackt. Weil das wird ja jetzt nicht alle drei Wochen aktualisiert oder so. Sondern das ist jetzt auch wieder für einen längeren Zeitraum unser aktuelles Kanal Intro. Oder wie ich sage immer Intro. Aber im Prinzip ist das jetzt nicht so Intro, dass es immer vor dem Video kommt. Diese Sequenz von über einer Minute oder so. Sondern das ist eigentlich nur wie so eine Kanalvorstellung oder so. Also wenn ihr ganz aufmerksam seid, dann wisst ihr oder könnt ihr vielleicht schon erahnen, was demnächst so videomäßig kommen wird. Seid gespannt. Wir haben richtig viel Spaß schon aktuell an unserem neuesten Großprojekt. Und halten das auch schon sehr fleißig auf Video fest und freuen uns, das mit euch dann zu teilen. Genau. Dann würde ich sagen, wenn ihr die Kanalvorstellung noch nicht gesehen habt, schaut euch sie gerne an. Und ja, dann seid gespannt aufs nächste Video. So, dann bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch. Und du schneidest das zurecht, du schaffst das. Ja, ja. Ich freue mich schon aufs Schneiden. Ähm, genau. Und lasst auch gerne mal unter dem Video Kommentare da, was für eine Art von Mietis euch vielleicht auch in Zukunft noch interessiert. Oder was wir schon von der Art her schon mal gedreht haben. Wo ihr sagt, davon gerne noch mehr. Weil wir sind flexibel, wir sind ja in gewissem Maße kreativ und haben auch einfach Spaß am Mietis produzieren. Und deswegen. Ja. Inspiriert uns. Äh. Lass präsent. Äh. Geh öffn. Ja, das stimmt. Ähm. Ja. Also inspiriert uns. Und wenn ihr das nicht tut, dann inspirieren wir uns selbst. Und dann müsst ihr halt das angucken, was wir halt drehen. Ähm. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Wieso teest? Wir mögen uns nämlich nicht. Weißt du überhaupt, was wir sagen? Ich weiß nicht mehr, was für Videos wird. Wie? Warte mal. Was? Ich habe einen Stein zwischen der äußeren und inneren Schicht meiner Socke. Können wir das bitte in die Outtakes packen? Möchtest du gleich auch noch was sagen, oder ist der Stein in deiner Socke jetzt wichtiger? Warte. Harte. Der ist ja schwarz. Der ist voll gedrückt. Ich sehe, dass das ein Stein ist. Klang so. Habe ich doch eh rausgeschnitten. Okay, Untertitelung des ZDF für funk, 2017